Ich sollte es wahrscheinlich nicht probieren, bin doch nicht bereit für Stufe 47, aber solange es Monsters sind, habe ich vielleicht eine Chance, da mal weiterzukommen. Oh no. Oh no. Oh je. Oh je. Ich bereue es jetzt schon. Aaaaaah. Oh je. Zeit aufs... Ich kann mich erinnern. Wenn ich es durch die erste Menschenpartie schaffe, habe ich vielleicht gar nicht so schlechte Chancen. Wow. Nein. Das ist auch für eure Mega Rüstung einzusetzen. Teleportier die. Teleportier die. Ja, er teleportiert sie nicht. Okay. Woah. Das ist der Snapper, der Boss. Oh. So näher auch. Da müssen wir die Reichweite... Dann lasst man halt langsam näher kommen. Mann. Das ist die Daktik jetzt. Pop Shots, Pop Shots, Pop Shots. Sonst fressen mich hier die Snapper auf. Sonst fressen mich hier die Snapper auf. Ja. Gut der erst der Schuss. Oh je. Da ist doch noch ein Sniperboss, oder? Langsam nach vorne kämpfen Okay, okay Probieren wir es reinpushen Oh, ja, oh, ja, oh Oh So, mein Dom ist aufgebaut Warte, schnell weg Oh je, da kommt doch ein Boss Oh je Okay, wir machen wir ein bisschen zurückfahren Oh, oh, da kommt mehr Bisschen zurückfallen, aber nicht ganz zurückfallen Ganz zurück Das war ein Fehler Das wird ein interessantes Duell Okay Oh Okay Oh, rolling, rolling Rolling, rolling, rolling Oh Da ist der Taktik für ihn Das ist mir ein bisschen mutig, da Oh, der Sniper Ah Okay, ich habe alles aufgeladen An Fähigkeiten, was gibt Wir pushen rein Ich habe alles aufgeladen, aber Okay Okay Jetzt hat nächstes dran Ja Ja, hol deine Pistole raus Mach einen coolen Pistolflip Wird das Sternengrab mein Grab sein Nehme ich überhaupt auf Doppelchecking Sehr schön Oh, weitere Oh je Ja Komm schon Komm schon Bring deine Rush auf, Freunde Wenn sie Wenn sie in meinen Minen Verrecken So wie die gleich verrecken Wirst in meinen Minen Oder kein Platz eigentlich Könnte ich fast hier bleiben Oh Kann ich mich hier rankuscheln Schauen wir gleich Oh ja Ich kann mich an diese Zone erinnern Brauche ich nun mal gar nicht rein Rushen probieren, aber Die kommen nicht mehr Und die wollen mich auch nur rauslocken Äh, was sag ich Wollen mich nur rauslocken Oh ja Oh ja Warum nicht noch ein paar Oh, verrückt doch Jetzt wird er abgewartet da hinten Oh, hätte ich mir doch einen Sniper aufgehalten Habe ich es mit Ich glaube, ich habe es weggegeben Ja Schön, schön Ah Dann gehen wir halt wieder rein Teleportieren Wow Ich hasse die Gegner Die werden am Parab Kann ich in ihren Spawn auch nicht Weg mit euch Boah Wollte mich nicht gleich killen Oh ja Ich brenne Okay 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 Monster bitte Schaut nach Monster aus Oh ja Sehr schön Sehr schön Dass es keine Fliegenden sind Dann bin ich schon fast happy Oh, wirklich Awesome Jetzt kann ich mich da im Sternekrab umflächen Weil ich nicht wieder zurück rausgehen darf Muni holen Was ist das für rechte? Oh oh je, das ist in die falsche Richtung so, schauen wir mal ob ich Moni holen kann oder ob ich mich dann auch aussperren ja da muss irgendwo Moni dann sein da ist die Moni können wir gleich mal ein Maul machen bevor ich weitergehe und sie spawnen wieder was bekommen wir, was fliegendes irgendetwas großes kommt auf jeden fall ja, da ist er schon ja, da ist das Fliegende es bleibt Fliegende, na Gott sei Dank da sind wir ja alle schon glücklich, dass wir alle fliegenden Gegner kriegen oh oh oi 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 ich bin so auf Monster gefreut nur nicht auf die Töbel schauen wir mal, dass wir einen runter kriegen und dann oh das große ist zu groß gekommen oh 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 ja keep on rolling 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 uh gut ausgewichen ganz wichtig ach fast die haben wir noch das reicht das war es fast mit den ganzen kleinen das ist schon ganz schlecht ja ja nein ja 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 Oh. Wow. Mist. Zu früh gefreut. Wir sind noch nicht fertig. Aber wir machen Schatzschaden. Oh eh. Oh eh. Oh eh. Ja. Ja. Oh. 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 Die ganze Armee ist da. Wie schön. Oh. Das macht Granatenschaden dann. Sehr schön. Einen langsamen, kleinen Riecher. Ja. Ja. Ich wollte sie nicht beleidigen, ihre Gefühle verletzen. Das wäre dann schon zu viel gewesen. Oh. Oh. Ja. Oh. Ich hoffe das war's dann. Oh. Ich greffe den gar nicht. Gleiches im Weg. Oh. Oh. Sondern einfach dann die nächste Endboss Welle erst kommen. Oh. 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 Ich glaube ich weiss was da unten abgeht. Und ich werde es nicht mögen. Ja. Ich renne mal meine Hunde ein. Da wird definitiv rumpengeremt in dieser Zone. Jep, 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 wo? Du bist tot. Und du bist tot. Da unten ist Muni. Der snipet einfach in der Mitte. Uff, was für ein Headshot. Uff, nice. Ich sollte wahrscheinlich zuerst Muni holen, bevor ich diese angehe. Wo ist der andere hoch runter gehobst? Anscheinend. Okay, ein kleiner noch. Auskampftime. Mh, bitte nur einer. Keine Vögel. Wow. Ich bin der beste Anfang. Was? Was? Nein. Ich bin der Kurs in der Mitte. Nein. Ich bin der Dumpfel. Wie ist das? Sie werden nicht verhoben. Ich bin der Kurs an der Mitte. you're dead, you're dead's next und du bist tot und ich bin tot, hart in Not, auf Kreis wieder, mag meine eigenen Kreise lieber sehr schön, okay wo ist der Kruse? sehr schön, sehr schön gar nicht weh getan hab gar nicht getroffen oh je, oh je, oh so nah darf ich dem nicht kommen oh, dann wird's halt lang dauern wuhu, doppelattacke sehr fies werde in eine zweite kleine Welle und mehr kleine kommen bleiben wir einfach im Kreis mit ihm falls das Leben down ist, kommen dann noch welche für mich sicher zweiter Parken auch wäre komisch, wenn nicht eine zweite Welle von ihm kommen würde weg ist man nicht wir wissen doch alle beide, dass die zweite Welle kommt, oder? so viel Vertrauen hab ich nicht gehabt, dass ich's schaffen könnte ich hab ja gar nichts mehr zum Delipodieren jetzt da was? 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 ob ich mal was Goldenes bekomme? oh kommt Gold ne Gold gibt's für mich einfach nicht uns mal gar nicht geben ja, passt danke fürs Zuschauen und tschüss